Leute, ihr wollt Creepy Nights at Freddy's 2? Ihr bekommt Barbie. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, herzlich willkommen zurück bei Creepy Nights at Freddy's 2. Nach eins und zwei haben wir euch jetzt geschafft. Jetzt nach drei mit mir als LeFoneGuy. Bevor das Video losgeht, interessiert ihr euch für Retro-Games? Denn ja, dann möchte ich euch einen richtig, richtig coolen Kanal vorstellen. Und zwar Redeemer. Bei ihm findet ihr zum Beispiel Pick-Up-Videos, also zum Beispiel Spiele, die er sich auf dem Floma-Kult hat oder Retro-Börsen. Es gibt Anboxen-Videos, Podcasts, all die gute Stuff. Und er wird es super finden, wenn ihr ihn abonniert. Hi. Hi. Wie du mittlerweile weißt, muss ich dir etwas sagen. Der Teil, den das Personal über die Aktivitäten der A-Mann nichts erzählt hat. Du musst sie über die Kameras im Parts & Service Room gesehen haben. Sie waren einst das Gesicht der Firma. Jetzt kommen die. Aber sie sind weit ihrer Zeit hinterher. Sie wurden durch neuere, bessere Toy-Animatronics ersetzt. Besseres Hanken. Die Neuen sind einfach besser in allem. Sie halten länger durch, kennen mehr Programme, um Spaß zu verbreiten und sind wesentlich besser darin, Kriminelle aufzuspüren. Wie? Aber das Wichtigste, die Kinder lieben sie viel mehr. Aber bei den alten Animatronics gab es immer noch einen, den die Kinder liebten. Faxi. Faxi, the Pirate Fox. Faxi. Die Kinder lieben ihn so sehr, dass er wesentlich später entfernt wurde. Einige Teile der Animatronics konnten erneuert werden. Aber Faxis Zustand war so schlimm, dass es billiger war, einfach zwei neue zu kaufen, als ihn vollständig zu reparieren. Okay. Also, pass einfach gut auf, okay? Vielleicht ist es auch nur ein Witz der Mitarbeiter. Aber übermäßige Wachsamkeit tut ja nicht weh. Nee, niemals. Okay, gute Nacht. Bye. Ja, tschüss. German Phone Guy. Oh Gott, das Aufwand ist er. Pille Palle. Aber Parts and Service. Ja, da ist Chica. Okay, das sind noch alle da. Das ist gut. Wann, 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 wann wird aktiv eigentlich? Das frage ich mich eigentlich. Und wann Faxi? Weil Faxi wäre eigentlich... Moment. Wäre doch nach zwei. Da weiß ich nicht so... Nicht so schauen. Halt, 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 halt. Da ist jemand marschiert. Achso, da ist Bande. Okay. Das Schöne ist, das weine sich schnell auf. Gut für Lemmy. Okay. Loll, stehen beide rum. Da stehen beide rum. Ich werde als Gefühl nicht los. Aha. Da habe ich... Da ist Toy Chica da hinten. Gut, 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 gut. Ha. Hipsa. Gut. Jetzt bin ich zufrieden. Hi, Barney. Welche... Welcher Camp bin ich denn eigentlich? Loll, der ist in Camp 4. Wieso steht denn Camp 4 drin? Oh, oh. Jetzt bin ich wieder da. Keine Ahnung, warum ich ab und zu diese Stimme mache. Ich habe keine Ahnung. Die passt halt zu Toy Freddy. Äh, jetzt möchte ich jumpskirn. Was bis Faxi da ist. Bah, jetzt blende ich ihn wieder. Sehr schön. Aber der geht dann da rein. Ja, ja, stimmt. Der kommt ja, genau, 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 genau. Der geht in den Raum und dann passt alles. Wo bin ich hier? Ich kenne mich nicht aus. SpongeBob. Wird das ein Running Gag? Ich habe das Gefühl, es wird ein Running Gag. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ich muss halt... Erstmal aus. Ich brauche volle Konzentration. Bitte, 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 bitte. Das wird ja gerade mich da irgendwann vom Tisch weg. Pusht ist hier. Oh, Mängel. Kann ich ja mit dem Blitzer nicht was ausrichten? Ja, ich blende es halt mal kurz. Ha! Aber das war's. Muss ich fast mal kurz beglotzen? Äh? Äh. Also, Bonnie klettert langsam in den Lüftungsschacht. Und Dinger riechen. Mängel ist noch da. Das ist gut. Kann sein, dass sie jetzt langsam aggressiver werden. Äh. Das ist Blended. Ich übertreibe ein bisschen. Mängel ist weg. Ha! Ha! Ob die Blended. Ist bis voll der Blender geworden. Ha! Ja, ja. Der geht weg. Ha! Da ist der Cupcake. Das heißt, Chica kommt gleich raus. Oh. Ja. 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 Ha! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Ist er auf dem Weg. Ich zieh mal kurz auf. Was immer noch viel zu früh ist. Sieh mal, wie viel Zeit ich eigentlich hab. Und wenn ich die Maske auf hab, kann ich halt das Licht nicht anmachen. Komm. Weg mit dir. Weg. Weg. Also. So. Nimm mal da. Lelelele. Ja, ich muss aber immer wegen Mängel schauen. Und so weiter. Ah, okay. Mängel ist da erst. Okay. Leuch. Ah, ich seh ihn ja schon. Warte, ich zieh schon die Maske auf. Naja, bei ihm hab ich ein bisschen weniger Zeit. Weg. Aber, warte mal. Kann es? Kann es sein, dass? Faxi. Nicht einfach so dastehen, weil normal nach zwei sollte er schon dastehen. Ja. Ich weiß ja nicht, was. Für was das jetzt gleich wieder gut ist. Mängel ist noch in der Nähe. Oder ist Mängel wieder zurückmarschiert? Kababababab. Oh, es kommen ja beide. Toy Barney und Toy Freddy. Komm, Mängel, durch den Lüftungssch... Ich wei... Es ist so lange her. Oh Gott. Ich hör's lachen schon. Mocktis. Ich mein, du kannst ihn, glaub ich, vertreiben, wenn du die Maske aufziehst. Und ich kann er leider nur in den Gang leuchten. Ah! Jetzt weiß ich, wo er ist. Also, Bibi, er ist immer noch da. Das ist bei Dingery. Zack schon. Halt, wer ist da? Oh, Wither Freddy! Lull? Ah, jetzt habe ich... Da ist gerade kurz hell geworden. Alles klar. Zack, 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 zack. Ich spar nicht mit Lestrum. Because I'm an idiot. Ich sollte eigentlich nur ein bisschen aufpassen. Gegebenenfalls aufwinden. Wieso wird es dann im Monitor ab und zu mal hell? Ich leuchte auch gar nicht. Oh. Hi. Hi! Tschüss. Okay, da ist Toll Freddy. Äh, Wither Freddy. Also Old Freddy. Da war eh die halt, weißt du. Okay. Da, 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 da. Was? Ah! Okay, der, der wird dadurch nicht geblendet. Das ist nicht so ein Blender. Wenn, dann bitte sehe ich. Dann muss man warten, bis er herkommt. Das sieht bestimmt ziemlich spooky aus, wenn er von, äh, da, aus der Dunkelheit kommt. War aber lange. Da, da, siehst du, ist schon wieder hell hier. Und ich weiß nicht, was ich mir sagen soll. Lol. Hä? Lol. Ah, da ist, da ist Dingeriechen. Äh, sag schon. Toll Chica. Da, 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 siehst du wieder. Eilung. Ach, ist es. Ich habe jetzt gedacht, wenn der Cupcake da liegt. Ach nee, lol. Jetzt steht er da rechts hinten. Das heißt, wenn der Cupcake hier irgendwo im Raum ist, dann ist Toll Chica nicht weit. Okay. Okay. So, John. Ah, aufwein, wir haben vier Uhr und ich habe fast keinen Strom mehr. Wo ist Toll, äh, wo ist Faxi? Okay, da habe ich was gesehen. Nicht sicher, ob das jetzt Faxi war. Will ich es wissen? Könnte sein. Könnte. Ich möchte jetzt nicht mehr so oft auf die Cam schauen. Ich meine, wir haben es ja bald. Nicht sicher. Und ich weiß noch nicht, wo Mangle ist. Mangle. Korin. Bevor ich bupe. Ja. Hä? Hä? Ich mag nicht. Okay. Ich höre die blöde Lache. Oh oh. Das ist nicht gut. Tot. Alter. Nice. Aber wie, äh, blöb, blöb, blöb. Ich weiß halt nicht, wie du dich verstecken musst. Äh, wie du dich verstecken musst. Ja, du gehst unter den Tisch und fertig. Nee. Ich habe keine Ahnung, was es überhaupt bringt. Nö. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich verbrauche viel zu viel Strom. Strom. Sehr viel Strom. Unnötig Strom. Ja, ich denke, dann lasse ich es hier erst bei kurzem wieder mit Creepy Nights Phrase 2. Wir schauen mal, dass wir nächstes Mal nach drei packen. Jetzt bin ich ein bisschen vorbereitet. Das Problem ist, ich konnte ja das Licht nicht benutzen, nachdem ich das Lachen vom Bibi gehört habe. Allerdings habe ich ihn nicht im Office gesehen. Aber egal, das packt man dann hoffentlich beim nächsten Mal. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos. Vielen Dank, bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.